Dreifachwechsel bei der Haimmannschaft. Komm an, ist das jetzt. Starker Zweikampf. Toller Pass. Pass auf Ibrahimovic. Wichtig, dass Neuer den hält, da war die Chance natürlich da. Jetzt der Eckball. Macht er ihn! Ja, er macht ihn! Er ist erst seit ein paar Minuten drauf und schon macht er die Bude. Da hat sich der Wechsel gelohnt. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Erst der Eckball und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut gemacht. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Da kommt der Pass auf außen. Sie erhalten den Einwurf. Ohne Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic. Klasse Pass. Klasse! Ja, sie bekommen den Strafstoß. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, den Rückstand nochmal zu verkürzen. Da verursacht er einen Elfmeter, aber hat trotzdem Glück, Buschi. Ja, denn er darf weiterspielen. Es gibt nicht mal gelb. Das ist schon eine Überraschung. Ja. Diesen Elfmeter lassen sie sich nicht nehmen. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Er versenkt den Strafstoß in den Winkel. Da kann sie nichts machen. Der neue Spielstand lautet hier also 3-2. Milo Drasica. Dennis Zakaria. Da ist Belarabi. Jonas Hofmann. Das ist jetzt eine Chance. Super Parade von Andanovic. Absolut überragend. Wie macht er das? Ecke kommt den 16er. Lieber geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Pass wird abgefangen. Eriksen war das. Vorne der Ballgewinn. Klasse gemacht. Da holen sie sich den Ball in der Defensive. Und nun Ibrahimovic. Herrlicher Pass von Ibrahimovic. Vielleicht der Ausgleich. Und da fällt der Ausgleich. Nochmal dieses Tor. Wir sehen wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja in der Tat viel zu schnell. Und im Abschluss auch noch effizient. Ibrahimovic. Ball ist bei Milinkovic Savic. Wichtig. Er holt den Ball. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Der Ball ist weg. Aus dieser Konterchance können sie nichts machen. Chiellini. Bonucci am Ball. Da ist Eriksen. Eriksen. Joaquin Correa. Jetzt ist der Platz da. Ja. Schön geklärt. Das war die Gefahr bereinigt. Eriksen. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Er wirft sich in den Schuss. Da ist der Ball weg. Gibt ein Wurf. Und er zeigt erneut auf den Punkt. Es gibt Elfmeter. Bitter für sie. Aber es scheint auch so, als hätten sie aus der Szene vorhin nichts gelernt. Gibt Elfmeter. Und noch die gelbe Karte obendrauf. Hält den Elfmeter. Ist es zu glauben. Was für eine Parade. Und jetzt wollen sie wechseln. Bei der Ecke würden die Fans jetzt zu gerne die Führung bejudeln. An der Strafraumkante. Kein guter Volley. Da hätte er hier gerne das Tor gemacht. Sah auch zunächst gut aus. Aber dann fehlt einiges. Das sah nach einer Verwarnung aus. Keine gute Aktion. Und er zeigt den Gelb. Kann man durchaus geben. Nuł Belarabi. Milo Drasica. Komm halt. Jonas Hoffmann. Hereingabe jetzt. Der Angriff. Erst mal wieder vorbei. Savic. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Schuss zur Führung! Tor! Und jetzt legen sie hier vorne! Was für eine Aufholjagd! Ist es wirklich zu fassen?